Irischer Wolfshund Der irische Wolfshund ist eine weitere, besonders starke und mächtige Hunderasse, die zudem noch als eine der größten Hunderassen der Welt gilt. Trotzdem sind sie keinesfalls unproportioniert und können beim Laufen sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Ihr muskulärer Körper wird von einem Fell geschützt, das es in vielen verschiedenen Farben wie Schwarz, Weiß oder Rot gibt. Irische Wolfshunde können 55 Kilo wiegen und werden so stark, dass sie durchaus dazu in der Lage sind, hierische Wölfe oder Wildschweine zu jagen. Dabei gelten sie als sehr mutig und nicht besonders aggressiv. Ihre Lebenserwartung liegt jedoch nur zwischen 6 und 8 Jahren.